Die Wirkung der Arbeitsteilung erläutere ich immer gerne am Beispiel der Stecknadelproduktion. Ein Arbeiter, der noch nie Stecknadeln hergestellt hat und auch nicht mit den dazu eingesetzten Maschinen vertraut ist, könnte selbst, wenn er sehr fleißig ist, täglich kaum mehr als ein paar Nadeln herstellen. Aus diesem Grund werden Stecknadeln heutzutage arbeitsteilig hergestellt. Es sind eine Reihe getrennter Arbeitsgänge für die Stecknadelherstellung notwendig, die meist zu einer fachlichen Spezialisierung geführt haben. Ein Arbeiter zieht den Draht, der andere streckt ihn, ein Dritter schneidet ihn, ein Vierter spitzt ihn zu und ein Fünfter schleift das obere Ende, damit der Kopf aufgesetzt werden kann. Auch die Herstellung des Kopfes erfordert zwei oder drei getrennte Arbeitsgänge. Das Ansetzen des Kopfes ist eine eigene Tätigkeit, ebenso das Weißglühen der Nadel, ja, selbst das Verpacken der Nadeln ist eine Arbeit für sich. Um eine Stecknadel anzufertigen, sind somit etwa 18 verschiedene Arbeitsgänge notwendig, die in einigen Fabriken jeweils verschiedene Arbeiter besorgen. Ich selbst habe eine kleine Manufaktur dieser Art gesehen, in der nur zehn Leute beschäftigt waren, sodass einige von ihnen zwei oder drei solcher Arbeiten übernehmen mussten. Obwohl sie sehr arm und nur recht und schlecht mit dem nötigen Werkzeug ausgerüstet waren, konnten sie zusammen am Tage doch etwa 48.000 Stecknadeln anfertigen, also jeder Arbeiter etwa 4.800 Stück. Hätten sie stattdessen alle einzeln und unabhängig voneinander gearbeitet, noch dazu ohne besondere Ausbildung, so hätte der Einzelne bestimmt nicht einmal 20, vielleicht sogar keine einzige Nadel am Tage zustande gebracht. Mit anderen Worten, sie hätten mit Sicherheit nur einen kleinen Bruchteil von dem produziert, was sie nunmehr infolge einer sinnvollen Teilung und Verknüpfung der einzelnen Arbeitsgänge zu erzeugen imstande waren.